Herzlich Willkommen zu einem Let's Play von Spliff mit... Ich seh's, oder? Wo bist du? Ah, da hinten, hey! Ich war da. Mit... Ja. Mit dem Sublime, der steht da hinten. Und zwei anderen. Ich schreib jetzt mal rein. Ich... Nehm... Oh, ich werde anklagen. Scheiße. You too. Und hier habe ich Schnelligkeit und eine, damit man schnell abbauen könnte. Schnelligkeit und Shampoos. Oh, wer wird's gewinnen? Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was denn, wer von uns beiden als erstes runterfliegt. Oh, das hat's gerade geleckt, Alter. Oh, ich bin auf der, ich bin auf der unteren Plattform. Ich baue mal für jeden Fall. Oh, sorry, nicht für dich, sorry. Egal, du musst mich da töten. Kann ich nicht hoch? Warte, ich versuche jetzt mal hier hochzuspringen. Nee, das kann ich nicht. Oh, ich wollte schon sagen. Lass mal töten, Alter. Lass mal die anderen töten. Nein. Oh, wie es leckt. Wie kommt ihr noch? Habe sich die Mitte in meinen Tod gerissen? Nee. Hast du verloren jetzt? Ich leck in der, ich backe in der Luft rum. Jetzt bin ich geküllt, ja. Oh, die Inn ist tot. Ja, das sieht von oben eigentlich ganz schön witzig aus. Siehst du mich? Ah, ja, ich sehe dich. Ich gewisse. Siehst du mich? Bin ich unsichtbar für dich? Ich bin hinter dir. Hier, ich liege. Oh, das fällt dir noch. Ey, kann ich auch abbauen? Nein, kann ich abbauen, schade. Okay. Aufpassen. Da war ich auch wieder hin. Ich würde mich hier auf die Rettungsplattform retten. Es gibt an der Seite diese Plattform untersehen. Ja, ich kann jetzt gut überblicken. Komm, 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 mach ihn fertig, mach ihn fertig. Oh, scheiße, nein. Das warst du gar nicht. Nein, scheiße, Mann. Das ist ein Fehler. Okay, ich packe in der Luft. Jetzt muss ich gleich... Oh. Scheiße. So, lass mich vor. Okay, ich bin in der Lobby. Warte, noch nicht. Jetzt bin ich in der Lobby. Ja, ich auch. Wo bist du? Ja, hier. Hey, hey, hey. Lass mal in... 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 in Cakes. Gehen. Cake. Cake. Ich bin Schiller, ich bin Schiller. Ha, ha, ha. Komm, geh rein. Jetzt so. Esst mir neun. Hey! Ähm, Leute! Das neue Format ist ja... Es blieb. Wie schon gesagt. Habe ich schon letztens eine Frage gemacht. Schaut euch das an. Ich bin das mit Sport zu ran. Ja, ich verlinke, ähm, Subram in meiner Videobeschreibung. Zumindest ein Video von eben. Könnt ihr, ähm, ihn auch gleich besuchen. Und, ja. Es geht. Könnt ihr eigentlich noch ein bisschen Flash of Clans aufnehmen, oder? Ja, zusammen mal so... Im Clan dann halt so auch mal. Komm, Bitch. Du fällst runter. Oh, scheiße. Ja, ich hab eine getötet, Digi. Scheiße. Ich hab dieses Spindeligsein. Ich auch. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah. Los. Stirb. Nein, ich nicht. Scheiße, ich bin in der zweiten Arena. Da muss ich auch. Oh, ich bin außen. Oh. Ich hab hier. Kühl die Nutter. Ja, die ist unten. Die ist unten. Oh, fuck. Mir ist wieder schwindelig. Ja, lass mal hier den oben kühlen, hier. Der hängt nämlich hier oben. Aber der hängt auf dem Block. Ja, der ist unten. Doch. Na und? Der ist jetzt wieder unten. Ich hab den jetzt... Der ist jetzt... Den Teil ist er. Oh, yeah. Die machen wir weg. Das Vibe, das Vibe, das Vibe als erstes. Ja, die ist unten. Oh, wir sind hier nach oben. Ey. Nicht ich. Ich hab schon wieder hier so einen schwindelig... Findest du meinen Skin geil? Wir müssen Gegner spielen. Ich weiß. Deswegen... Ja, er ist verloren. Ich bin unten. Ich bin unten. Na komm, das Vibe ist jetzt wieder unten. Tschüss. Du hast verloren, kleines Sau du. Ah, du bist auch unten. Ich bin der einzigste unten außer... Scheiße, nein. Du bist... Nein. Er hat einfach... Warte. Warte. Jetzt sind die aber dort ganz oben. So schwaben. Die sind alle noch ganz oben, Alter. Einer ist noch ganz oben. Ne, zwei sind ganz oben. Kann ich durch die Wände fliegen? Ja, ich kann durch die Wände, geil. Das heißt, ich benutze... Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich bin gerade vor dir, Alter. Oh, lass ruhig ab. Warte, ich hör's mal mit. Dann geht der gar nicht scheiße. Ich muss irgendwie hoch. Ey, auch und ich auch genau was. Versteck dich hier einfach am Rand. FNAF 4 ist coming in Halloween. Warte, ich schreib mal... Warte, ich schreib mal... Wreck. So, jetzt... So, jetzt... Hier ist er auch da. Ah, du bist ja hier ganz oben, Alter. Die sind jetzt alle hier unten. Oh, ne, da ist er noch. Hier ist old Freddy. Hier ist old Freddy. Hier ist old Freddy. Kill ihn. Oh, der ist unten. Nein, ich bin auch unten. Nein, noch weiter unten. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Suprime. Oh nein. Fuck. Ich hab jetzt gesehen. Kannst du auf Wände fliegen? Jei. Okay, ich geh wieder rein. Jetzt auch noch mal Pizzasplief. Oh, Pizzasplief. Oh, das legt gerade übel. Da. Ich komm hier nur her. Jei. Ab nach Pizzasplief. Oh, ich bin erst hier. Also ich heiße Zocker Drohne. Da, dumme LP. Da muss ich mich erst mal registrieren. Das will ich nicht wieder machen. Können wir eigentlich mal wieder Skywars spielen? Ja, das legt überall. Das passt überall rum. Deswegen. Skywars ist seit dem neuesten Update über das Scheiße geworden. Früher war das sogar noch gut. Auch wenn da was verschwunden ist. Aber eigentlich gut gewesen. Weil jetzt packt man ja gleich am Anfang wieder in der Luft über. Ja, und dann wirst du rausgelegt, weil du angeblich fliegst. Ja. Okay, warte. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Diamonds. Nike. Oh. Du bist unsichtbar. Du bist bei mir unsichtbar. Oh mein Gott, ich kann nicht sehen. Okay. Oh, ich hab 10, 10 alles. Ja, ich hab ihn gekühlt, man. Fuck, nein, ich bin weg. Ich bin unten. Okay, ich back in der Luft. Ich bin rausgeworfen worden. Ihr seht jetzt jedes Mal. Kicked by Admin. Reason flying is not enabled on the server. Das heißt, man fliegt angeblich. Einfach runtergeworfen. Ich geh jetzt wieder hier rein. Ich bin jetzt immer noch hier drinnen. Also das heißt in der Lobby. Mal gucken. Wir nehmen schon seit 7 Minuten auf. Also seit knapp 8 Minuten eigentlich. Ähm, die nächsten 10 Sekunden. Da ist kein Pizza. Und ich bin gestorben an einer Explosion. Bist du bei mir noch drinnen irgendwo? Keine Ahnung. Okay, und das war's erstmal mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lassen die Bewertung da. Ciao.